Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge mit den Ghostbusters und eurem Darvish. Und in der letzten Folge sind wir nach Hause gekommen. Die Insel von Jandor ist versunken. Tja, und wir kommen nach Hause und alles bzw. unser Container wurde abgeschaltet und irgendwas tut sich im Peck und die Ghostbusters sind mal wieder im Einsatz dem nachzugehen, denn es riecht schwer nach Geisteraktivität, wie man hier sieht. Oh, shit. Töööö. Äh. Okay, zum Glück nicht aufs Auto. Was hat der da gerade eben gemacht? Schießt halt einfach am Baum um, ne? Tja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, es dauert nicht mehr lange und ich stehe Shandor gegenüber. Oder vielleicht auch erst mal Peck. Ich? Das wäre jetzt auch zu einfach gewesen. Any ideas? Hey, yep. Ah, Junior ist ziemlich spry. Auch mit dem 100 lb. der Proton-Accelerator. Ow! Das war, das war, ow! Ach, natürlich liegt es wieder an mir, die Hauptaufgabe zu erledigen. Gate Control, hier würde ich wohl ein müssen. Ich habe allerdings das dumme Gefühl, so ganz einfach wird das nicht. Such ein Weg, das Haupttuch des Friedhofs zu öffnen. Hm, ich könnte es einfach kaputtschießen. Na gut, stattdessen folge ich einem Labyrinth, was mich wahrscheinlich wieder dazu bringt, von irgendwelchen Geistern angegriffen zu werden. Hier drin gibt es auf jeden Fall was. Ja, aber was mir hier angezeigt wird, ist nicht hier drin. Hier, ah, pfeifende Büste von Mausch. 1734, Friedrich Mausch, der Mauschler, war ein verschlagener Dugmäußer, der ständig irgendwas Hinterhältiges ausheckte. Seine vom italienischen Genie Mascarpone angefertigte Büste verhält sich exakt genauso. Okay, achso, nee, Quatsch, nein. Ich wollte auch noch das hier schließen, so. Oh, ich darf allerdings hier jetzt vorsichtig sein, denn was ich gerade, ich komme hier jetzt nicht durch. Es sei denn, ich regle das Ganze so. Hier bringt mir allerdings nicht viel weil es vielleicht noch größere Mächte gibt die sich davon nicht beeindrucken lassen. Hm, ah, hier. Hier wäre ein Durchgang. Komisch, dass ich bis jetzt noch nicht großartig aufgehalten wurde. Aber ich höre hier eigentlich schon was, ne? Irgendwas geht hier vor. Okay, da komme ich nicht rein. Hm. Hier gibt es nichts Auffälliges. Ich glaube, ich bin hier auf der falschen Spur. Vielleicht hier vorne. Hey, was war das? Okay, hier kommen wir auch nicht rein. Oh oh, zwei. Drei. Drei Uhr. Moment. Irgendwas. Irgendwas haben wir hier. Hier drin? Ja, definitiv. Oh shit. Jetzt soll ich hier runter, oder was? Das war ja so klar. Warum kann ich nicht einfach zur Tür kommen? Ich will immer zu meinen Freunden. Da komme ich nicht durch. Moment. Moment. Bäh. Bäh. Doch, geht doch. Oh shit. Na toll, da liegt schon einer. Okay, das ist normales Wasser, da passiert nichts. Was machst du denn her? Bisschen rumgehangen und so. Achso, da rein muss ich. Weg mit dem Scheiß. Aber was ist denn der ordentliche Sprengung, die ich gleich für ordentlich Platz schafft? Ja, ich bin ja schon unterwegs. Aber ich bin gerade irgendwo, ähm, naja. You know what I mean. Kann nicht jemand von euch zuschauen, mal hier die Tür öffnen gehen? Wäre eine sehr nette Saale. Hm. Wie es hier unten riecht. Meio, meio, mei. Bleh. Okay, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Ja, du bist gut aus? Wie ist das Gute gekommen? Äh, hier schauen doch. Achso. Ah. Ich habe doch eine Idee. Kommt rein, Jungs. Äh, ist doch ein schönes Auto. Irgendwie... Passt das auch? Mit den Ghostbusters, was sie sich damals zugelegt hatten. Irgendwie, das passt auch. So, okay, ich bin nicht mehr alleine. Lass mich raten, jetzt geht's da hinten weiter. Ja, ja, komm on. Mach's uff. Ja, ja. Oh, shit. Ähm, ich denke, ja. Ich habe es gerade auch gesehen, da drüben. Ich habe so eine ganz tolle Befürchtung. Aber ich glaube, es geht hier. Hm. Ich habe es übersehen. Weil hier kommen wir nämlich nicht durch. Es kann es zerknicken. Okay. Jetzt pass auf. Hier sind wir reingekommen. Wir haben zu keiner Seite einen Ausschlag im PKI-Gerät. Jetzt gäbe es noch die Möglichkeit, dass wir vielleicht irgendwas... Mann. Dass wir vielleicht irgendwas wegziehen können oder so. Nein, eigentlich nicht. Okay. Shit. Kann man ja mal sagen, wie wir... Ähm... Ähm... Ach, hier hinten rum? Oh, Mann. Da war ich... Blind darf man halt auch sein, ne? Oh, da hinten. Wir sind nicht mehr alleine. Jungs. Wir sind schon lange nicht mehr alleine. Ja, die Zähne fletscht. So, Geschwänsterleitfaden. Klasse 6 Reanimator. Äh... Schockschlag. Okay. Grabspucke. Dafür bekannt, Friedteufe und andere weniger offizielle Begräbungsstätten zu bewohnt, sind semi-empfindungsfähige Entitäten. Mit einem Bewusstsein ihres Selbst. Ihr Hass und Zorn zu Lebzeiten treibt sie jetzt im Tod zu bösartigem und hochgradig assoziarem Verhalten. Grabspucke sind keine besonders einfallsreichen und gerissen Kämpfer, aber der durchschnittliche Grabspuc gleicht seine einfache Natur durch reine Masse aus und ergreift von so vielen Skeletten und Leichen wie möglich besitzt. Diese gefährlichen Entitäten beweisen, dass die lebenden Toden nicht vollständig das Bedruckt von fiebernden Geistern oder schlechten Kinoregisseuren sind. Hm. Okay, also schockschlank. Oh, Mist. Den habe ich zu spät gesehen. Den hätte ich es kennen müssen. Na, da ist er doch. Erhöhter Klasse 3 Überrest. Distanz-Maisonen-Kollidierer. Kultisten gehören zu Shandors Horde von Gozer-Anbietern, die aus der ganzen Welt angelockt wurden. Shandor schulte seine Handlanger sehr sorgfältig und seine Anhänger stammten sowohl aus den Häusern der Reichsten als auch aus den Hallen der Intelligenz. Er versprach ihnen alle Positionen voller Macht und Ruhm im neuen Post-Gozer-Zeitalter. Während er sie insgeheim an sich persönlich band, damit sie ihm sowohl zu Lebzeiten als auch danach zu Diensten waren. Hm. Tja, moderne Sklaverei. Also, Geschwänzer-Sklaverei. Obwohl diese Kultisten ziemlich mächtige Entitäten sind, scheinen sie doch anderen, noch mächtigeren Kreaturen zu dienen. Ach, erhebe ich das? So, der Mission-Kollidierer. Ne, warte mal, warte mal. Boah. Oh, ich muss, ich muss... Shit. Ja, 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 ja. Komm, hoch. Ach, jetzt musst du mir helfen, jetzt musst du mir helfen. Eieieieiei. Okay, pass auf. Zumachen. Komm, dann rums mal voll. Ich würde gerne mal... Ich habe schon eine Weile kein... Ach, das sind mehrere. Das sind zwei oder was? Feuer! So, komm her. Komm, du hier. Und tschüss. So, mein Fall. So, mein letzter hier. Du, katsch nicht! Vorbei! Na, ab in die Falle, komm. Gestern hatte ich jetzt dann doch auch etwas besser drauf. Eieieieiei. Du bist im Pfosten. Du bist im Pfosten. Yeah, let's rock. Puh. Okay. Es geht also weiter. Hm, kommst du mit? Was soll ich sagen? Ein Friedhof mitten in der Stadt, das kann natürlich auch nur uns bzw. den Ghostbusters passieren. Ich kann nur sagen, ich finde es immer wieder geil und ich fühle mich eigentlich hier eher wie in einem Film, den es nie gab, als in einem Spiel. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn wir hier richtig freuen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.